Willkommen auf der grünen Insel, der Heimat des Leprechaun. Leprechauns sind kleine, trollartige Wesen oder Kobolde mit meist grüner Kleidung und roten Haaren. Leprechauns sind handwerklich geschickt. Kein Wunder, schließlich ist Luke ihr Vorgänger. Der große Gott der Handwerkskunst, der Lugnazat, das Erntefest am 1. August begründete. Eines der höchsten vier irischen Feste neben Imbolc, Beltane und Samhain. Leprechauns sind von unterschiedlichem Charakter. Manche werden liebevoll und hilfsbereit dargestellt. Andere sind mürrisch, geizig und zuweilen bösartig. Sie haben verborgene Schätze, meist Goldtöpfe, die sie kaum aus den Augen lassen. Wenn Sonne und Regen in Irland jedoch zusammentreffen, und das ist nicht selten der Fall, verrät das Ende des Regenbogens das Goldversteck. Wart ihr schon in Irland und seid ihr vielleicht einem waschechten Leprechaun begegnet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir wünschen euch einen traumhaften Tag mit einem zauberhaften Regenbogen.